Heute gibt es für euch im Test die Gina Böller D von Keller gekauft im Thomas Philips für glaube ich 4,99 Euro oder 4,88 Euro. Das variiert ja immer ein bisschen aus dem letzten Jahr, also 2019. Und ja, der Knall war eigentlich so wie fast immer, also viel Spaß beim Test. Keller D. Es hat mich verbrannt. Eigentlich so wie jedes Jahr, aber ich habe das Gefühl ein bisschen schlechter.